Strip-Club Auf jeden Fall Waterworld Wächter, Wächter, Wächter Wächter, Wächter, Wächter Macht mal bitte Waterworld Nach den ersten 5 Sekunden der Runde hab ich aber gleich da einen Headshot gegeben Strip-Club Waterworld wie voll selten Waterworld Nein Da wollte ich grad draufklicken, weil ich hab gewusst Wenn zwei unterschiedlich sind, dann wird das genommen Scheiß, wenn ich da geblieben hätte Ach Kacke Aber es wird das genommen Weil es draufgeklickt wurde bei Gleichstand Und deshalb wollte ich noch schneller draufgehen Aber nein, und dann gibt's nicht Waterworld Und oh mein, ich hab jetzt voll Lust auf Waterworld Waterworld Also Kyplow ist auch nicht schlecht Aber Neun Runden, die das auf dem Server sind Neuerdings leider Ist das dann doch ein bisschen Zu lang Es gibt einige Dinge an meinem Körper Die zu lang sind Oh Gott Dumm 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 Ah, was passiert denn grad ohne Ton bei Blacksails Ehrlichter Tag Steuerruder wird gedreht Ziemlich komisches Das erinnert an So ein Mühlenrad You know what I mean Alter, ich will nicht schon wieder ab Wasserplächer da drauf Irgendjemand freit was Große Wellen Ganz viel Wasser tropft auf das Schiff Ganz viel Wasser tropft auf das Schiff Sending Client Info Das Steuerrad ist echt ein bisschen übertrieben groß Oh yeah So, naja es kommt zu Scheiße Auf dieser Map gibt es so gut wie immer schon da Oh yeah Dass man mal an M16 findet, ist eigentlich eher die Ausnahme Unbestimmt nicht die Regel Aber warum tausend sich so gerne Aber er kommt so selten jemand Ne, bin ich eigentlich auch so selten betrayed, das ist eigentlich schon fast schade IMPORTEMT Ich hab einen angefangen Inkompetent Oh, okay, ne, ist okay Fass, komm Ja, ich bin hier Ist schon jemand K.O.S. Ja, sie hat schon K.O.S. Super Sput, äh Erstmal Traitor töten, dann kannst du das immer noch machen Au Noob Noob Monster ist ruhig Der Monster ist ruhig Okay Monster ist kein Hike, Monster ist ruhig Machst du davon, wenn du mich einfach abgeschießt? Geht gar nicht Was ist? Where are you going? Da, rieu, hello Ich mach das, was du willst Was ist? Warte, was hat der denn? Hä, wo geht's hier denn hin? Da, wie auch Der Korinther ist ein Monster! Er ist ein Monster! Ich mutze! Alter! Was hast du denn gemacht da vorne? Alter, was passiert denn hier die ganze Zeit? Der wird rumgeschossen! Ich habe mich gerade so erschrocken! Wenn ich sterbe ist das Monster! Alter, was für eine geile Map ist das denn? Scheiße, jetzt wirft man übel oft an, ne? Nein! Boah, ich hab noch 11 HP, Alter! Oh, hallo! Kommst du mir oder irgendwann, dann hast du Null! Da ist dein Oliver! Da ist dein Oliver! Da ist dein Oliver! Da ist dein Oliver! Ja, nice! Huh! Und da ist mein Stock besorgen! Nice! Alter, das ist so geil designt! In der Tat! In der Tat! Hä? Das ist einfach nur so geil! Das ist einfach nur so geil! Lol, wegkratten! Ich bin tot! Oh Gott! Auf mich wird geschossen! Ja! WTF! WTF! Und wurde zu Tode gesnipet mit einer Shotgun! Hehehehe! Ich hab Call Detective gemacht! Das war witzig! Geil, hier liegt ne AK rum! Läuft bei dir? Läuft! Ich hab Call Detective gemacht! Lol, hier liegen Leichen! Okay! Das ist traurig! Das sage ich nicht! Nein bei einer Shotgun! Wusste ich! Monster ist tot! Oh nein! Der Admin! Oh oh! Kann man eigentlich diesen Head-Grab-Luncher zerstören? Nein! 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 Ich hab den Grappling-Ruch von der Detective bekommen! Dankeschön! Ich hab den AK von der Traitor bekommen! Nein! Nein! Okay! Jetzt musst du dich bedanken! Ja! Dankeschön! Aber der ist gestorben! Der ist natürlich nicht festgelaufen! Nein! Japp! Nein! Ich hab ihn nicht mehr getötet! Die Goldenenschläge bin ich halt hier! Hallo! Ich hab ne Inno-Leiche gefunden! Ja! Schau! 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 Sputzer, was machst du da? Ich glaube der ist tot! Tja, ich hoffe du hast mich identifiziert, weil sonst bist du mich noch mehr im Arsch. Alter, ich habe so eine Sache nicht gesehen, die mich einfach in die Luft gejagt hat. Ich habe dir vertraut und was machst du? Du bringst mich einfach um. Ich habe da mal eine Frage, du hast dich ja nicht bedankt, hallo ich war auch schwer, ich habe mich auch umgebracht. Ich habe mich doch bedankt, aber ich habe mich auch umgebracht. Alter, bei diesem Van, Alter, bei diesem Van wurde ich mir Luft geschleudert, warum? Alles klar, ja. Diese komischen Luftlöcher da, da kommt sogar grauer Dampf raus, wenn man ganz rein guckt. Da wird man hoch gemacht, dieser schwarzen Punkt auf der Straße. Wenn du da drauf bist, bist du zu einer Wahrscheinlichkeit von 99% tot. Ja, hab ich auch schon bemerkt, ich bin hier einfach aufgelandet mit 9 HP. Ich weiß, und dann habe ich, ich glaube ich habe dann deine AK genommen, oder? Ja, hast du. Dankeschön. Bitte, ich habe extra gekauft, ich wollte sie auch gar nicht, weil wir alle zusammen kuscheln. Wenn ich die Sterbe und ein Twitter-Kollege bei mir ist, kann er sie ruhig nehmen immer und so. LOL Erstmal, besser hinsetzen. So, jetzt kann ich weg, jetzt geht die Pile. Alter, ich höre die ganze Zeit, hey baby, come on. Hey baby, is that what you want? Alter, was hast du denn? Ich glaube, das ist eine Fantasievorstellung. Ich glaube, das liegt daran, dass wir auf eine Map spielen, diesen Sprint. Alter, ich bin in so einen Raum gespawnt, wo man hier nicht rauskommt. Ah, jetzt. Ey, ich glaube, dieses mit diesem hey baby, ich glaube, das kommt davon, dass wir gerade auf einem Map spielen, die Strip-Club heißen. Ich weiß nicht warum, ist reingefallen, bist du? Boah, der Trader passt so teuer, ey. Ja, das könnte sein. Oh Gott, ich pack wieder rum, es ist zum Kratzen. Nein, ne, schlimme. Ich bin übrigens nur eine Leiche gekommen. Wie lag ihr eigentlich? Was, der macht so eine Leiche? Alter, willst du mich verarschen? Alter, was macht ihr denn die Kette? Alter, ich hab da rennt, der hat die Kette. Ey, jetzt halt gegen die Leiche, das machen sie an Dauer. Mach's mal doch mal! Ey, lässt du den bitte? Lässt du den bitte? Der will, der will schwach halten. Das ist so geil. Wie Tontau schießen. Wie Tontau schießen. Ich wurde angeschossen, ich wurde angeschossen. Ich wurde mit einer Diebe. Ich hab ne Diebe, aber ich bin nicht in deiner Nähe. Nein, da ist jemand gestorben, da unten ist noch jemand gestorben. Ja, ey. Ey, Tontau schießen, lass mal los. Tontau schießen. Ey, lässt du den bitte? Ich geb dir gleich nen Headshot, wenn du weitermachst. Das ist meine Tontau, okay? Ey, ich hab was mit dem Tontau schießen. Wenn ich dir nen Headshot gebe, dann kannst du mich wohl schlecht machen.